happy birthday to you herzlichen Glückwunsch an alle die heute Geburtstag haben und herzlich willkommen bei Red Dog Gamble ich spiele heute mal wieder Mech Arena heute kam wieder so eine neue Quest rein vom Wegen mit Double Duell sprich ich muss 2 gegen 2 spielen das geht zwei Tage das Event weil jetzt ist auch gerade kein Wettbewerb mehr deswegen werde ich sagen wir spielen ach nicht das ich würde eigentlich sagen wir spielen 2 gegen 2 ist einfach Start gedrückt und nicht geändert na gut dann wird das jetzt die erste Runde sein und sind auch schon da dann geht sofort mal los und danach werde ich 2 gegen 2 2 Runden spielen was ist denn hier allein das kann doch nicht wahr sein jetzt haben wir hier rum aber da rein schützen einmal bisschen Verwirrung gestiftet bei den Gegner dabei ein paar Leute gekillt jetzt müssen wir schnell weiter gehen ok das haben ein bisschen viele gewesen ich glaube dass wir verlieren das sieht nicht gut für uns aus das sieht nicht gut für uns aus ach da war eine Wand hinter mir verlor da gerade bis zu den Status wäre wohl oh ich bin zwei bester Spieler gewesen schon mal gut zu wissen ja dafür noch die Punkte für damit ich ihn verbessern kann ok dann würde ich mal sagen bis gleich ok und die zweite Runde 2 gegen 2 war die erste Runde 2 gegen 2 geht los aber insgesamt die zweite Runde deswegen was ist deswegen ich weiß es auch nicht ok da oben ist der eine oh er hat mich erwischt zwei Leute mit Raketenwerfer das ist ja auch nicht also er hat Raketenwerfer und was ist das rpg ok 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 Ah, gut. Eins und jetzt. Ah, ich hab keinen Schuss mehr. Bisschen Ablenkung von der Zeit. Fertig, haha. Nice, nice. Ich spiele jetzt mit denen, ja? Ich spiele jetzt. Okay, nice. Okay, nice. Ja, okay. Da kann sie sowieso nicht mit Raketen hier reinschießen. Obwohl, reinschießen schon. Das ist doch mal richtig nice hier, ja? Der Pizzaboy. Mit dem macht's Laune. Ui, da ist einer. Granatwerfer ist das, wa? Ach, das war der von vorhin. Ne, egal. Gewonnen. Huh, nice. Schöne Runde. Pizza Boy und Red Dog und Red Dog. Oh, ich bin zweimal dabei. Dann schauen wir uns mal die Statistik an. Nicht, dass ich jetzt wieder wegdrücke. Die ganzen Quests, die fertig sind. Vier Stück, okay. Nice. Ja, ich war nur der zweitbeste. Immerhin. Dann sag ich mal, bis gleich in der zweiten Runde. Okay, und die dritte Runde geht los. Oder die zweite Runde 2 gegen 2. Meine letzte Quest bei 2 gegen 2 wäre, hab vier Millionen Schaden gemacht. Also 3,8. Noch was. Nummer eins ist da. Nummer eins ist da. Nummer eins ist da. Nummer eins ist da. Okay. Oh. Oh! Nice! Okay, erste Runde, jetzt kommt die zweite Runde, ich nehme jetzt mal einen anderen. Oh! 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 Oh, er ist ja gestorben. Okay, Okay, das sieht schon mal sehr gut aus. Ja, gewonnen. Es waren zwar nur drei Kills gewesen, aber war gut gewesen. Schön. Mit den drei gekillt, mit den drei. Nice. Hatte Wilma mehr. Dann schauen wir uns an, wie die Statistik war von uns. Und wieder vier Quest fertig. Schön. Die ganzen Punkte, auch schön. Ja, er wollte gerne mit mir noch spielen, aber ich habe es so lange gebraucht, bis hinzukommen. Man hat ungefähr fünf Sekunden Zeit, um das anzunehmen. Ich glaube, das waren fünf, kann auch ein bisschen mehr sein. Wenn du bis dahin nicht angenommen hast, dann geht es weiter. Aber ich bin hier der beste Spieler von uns. Er hat drei Kills, er hat gar nichts gemacht irgendwie, nur gestorben. Ah ne, er ist dreimal gestorben. Er ist gar nicht gestorben und hat auch keinen Kill, oder? Warte, ich habe sechs Kills gemacht, nicht gestorben. Drei Kills gemacht, viermal gestorben. Hä, das passt irgendwie nicht. Warte, der ist doch viermal gestorben. Warum hat der nur drei Kills gemacht? Ich verstehe das nicht. Egal. Ich verstehe nur hier, ich habe am meisten Schaden gemacht. Dann hat er den zweitmeisten Schaden gemacht. Wir beide haben zusammen 35 Pluspunkte gekriegt. Und er hat die 35 Minuspunkte verloren. Gut, dann würde ich mir sagen, Dankeschön für uns Zuschauen. Ich würde mich freuen, wenn ich heute mal jetzt komme, dabei sein. Bis zum nächsten Mal. Viel Spaß und auf Wiedersehen. Tschüss. Tschüss.